Mika, ist klar, wenn du die Einzige bist, die die ganze Zeit mit den Items der Gegner zu tun hat, ist klar, dass du da nichts... Ich hab neun... Ich hab dreimal drei Reds abgehalten da hinten. Hat Spaß gemacht. Und nicht letzte geworden. Das ist von der Option. Da war jemand, der nicht dreimal drei Reds abbekommen hat. Das sind dann sechs Reds. Lustiger ist, wenn du ganz im eigenen Feld selbst die Dreier Reds bekommst, das hat jedem auch mal. Und dann vier Leute von denen hinter dir hast und jeder, der vorziehen will, kriegt einfach einmal einen in die Fresse. Hast du mal gesagt, dass dreimal drei Reds sechs Reds sind? Jep, das hat er gerade gesagt. Ja, das haben wir auf Band. Ja. Das sind alle gerade viele Zeugen. Wer will den Remix machen? Dreimal drei ist sechs. 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 Und jetzt noch weißt, was dreimal drei ist, ey, dann. Dann kann man über Kinder nachdenken. Über dreimal drei Kinder.